Ich geh mal in unseren Wald, der zum Glück nicht ab Kurholz wird, weil sonst würden die Tiere ihren Lebensraum verlieren und es gibt Erdbeerwärmung. Ach nee, hier liegt ja Müll rum. Hallo, ich bin die Försterin von hier. Hallo, ich bin ein Bürger. Ah, das ist ja mein Hund. Nein, was passiert hier? Da wollen wir noch Holz. Ach, wie blöd. Nein, bitte. Was soll nicht passieren? Stopp, lasst es. Stopp. Ich glaube, der hört uns nicht und das ist ferngesteuert. Bitte nicht den letzten Baum. Wie blöd. Aber ihr könnt neue Bäume pflanzen, damit eben das nicht passiert. Oder wenn ihr keinen Garten habt, Spende für die Weihilfe sammeln. Oder ihr macht es so wie ich und hebt den Müll auf und schmeißt ihn in den Mülleimer. So kommen die Tiere nämlich wieder in ihren Lebensraum.